Karin Steiger, 41 Jahre Lehrerin, 21 Jahre am BZP, jetzt hier im Gärtli, jetzt pensioniert, so seine ersten zwei, drei Tage. Wie fühlst du dich so? Ich fühle mich sehr gut. Ich habe mich sehr, sehr, sehr auf diesen Moment gefreut. Ich habe mich auch lange darauf vorbereitet. Ich habe mich ein bisschen überlegt nach 41 Jahren. Was bedeutet das, wenn man auf das Mal die Schüler abgibt, alle Klassen abschliessen? Und ich habe mich einfach genug gefreut. 41 Jahre arbeiten, 41 Jahre Stundenplan haben, 41 Jahre den Kopf immer bei den Sachen. Und jetzt auf einmal kann ich ernten und meine Zeit, die ich jetzt habe, habe ich einfach zur freien Verfügung. Und ich habe es geniessen und kann einmal ein Buch lesen, am Nachmittag ohne schlechtes Gewissen am Abend, wenn ich nur etwas rumchille. Und ja, das ist für mich sehr grosse Lebensqualität. Und auf diesen Moment habe ich jetzt etwas geblanket in den letzten paar Wochen und es freut mich jetzt, dass es jetzt da ist. Ich kann mir fast nicht vorstellen. Du warst einmal Primallehrer, hast in der Oberstufe Sport gegeben, hast noch Migranten-Kinder unterrichtet, bist dann ins BZP gekommen, da gab es auch Schicksalsschläge hinter dir. Du warst mit dem Rebilleli verheiratet, der ist dann gestorben, da warst du etwa 30 Jahre alt. Ich glaube damals den Hodenkrebs, da hast du dann Erich Steiger kennengelernt. Und du warst immer eine ganz reifige Frau. Und bist sicher jetzt schon irgendwie als Halbitalienerin nervös, ob es die Italiener machen können, gegen England im Finale. Wir sind jetzt ja kurz davor. Also du kannst dir vorstellen, dass du die Pensionierung schlattest. Es kann die Fünfe hintereinander. Es ist schon unter der Wahrheit, dass du die Pensionierung so richtig geniessen kannst. Ja, die Pensionierung kann ich wirklich geniessen. So wie du es gesagt hast, ich habe auf meinem Lebensweg Freude und Leid gehabt. Es gab Momente, die sehr schwierig waren, wo ich durchkämpfen musste. Da habe ich im Sport gelernt, im Sport gewinnt und im Sport verliert. Und ich hatte das Glück und hatte auch die Energie, um im 90er Jahr in Rorschach meine Zelt abbrechen, ins Rintel kommen, neu anfangen. Und habe in dieser Zeit einen wundervollen Mann kennengelernt. Wir haben eine Familie gegründet, wir haben einen Sohn. Und das ist jetzt eigentlich wieder die Belohnung, wem spart. Du kämpfst, du trainierst und jetzt kannst du eigentlich ernten von deinem Einsatz. Und ja, Italien gewinnt am Sonntag, ganz klar. Du hast auch oft gewonnen, nicht nur mit dem Sohn, der eine steile Karriere gemacht hat. Auf das gehen wir uns aber nicht speziell ein. Aber du hast auch sonst gewonnen, was es deine Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern betrifft. Du hast immer eine sehr grosse Wertschätzung gehabt. Ja, also 41 Jahre lang habe ich einfach eine gute Zeit gehabt. Ich habe bis letzten Dienstag mich auf jede Lektion, auf jeden Tag gefreut. Ich bin motiviert gegangen. Ich bin ein wenig stolz eigentlich, dass ich es geschafft habe, 41 Jahre authentisch zu bleiben. Und meine Art kam einfach bei den Lernenden an. Ich war kein Kumpel, ich hatte immer den Lead. Aber für mich war es eine Teamarbeit. Und sehr respektvoll im Umgang. Wir haben verschiedene Meinungen, verschiedene Herkünfte, verschiedene Ansichten akzeptiert. Und ja, es war eine wunderschöne Zeit, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten. Und ich habe gespürt, dass sie es auch immer geschätzt haben. Gerade jetzt so Richtung Ende meiner Arbeitszeit. Die Schüler haben sich teilweise bedankt in WhatsApp. Ein Schüler vom Jahr 2010 hat mir am Dienstag ein WhatsApp geschickt und hat mir gratuliert zu der Pensionierung und hat sich bedankt, dass er zu mir in die Schule durfte. Und solche Zeichen habe ich immer wieder auf verschiedene Seiten bekommen. Und da ist also etwas Schöneres gibt es nicht. Das ist mega. Der letzte Tag, den hast du noch mit den Vorlehrlingen vollbracht. Ist das gewesen? Vorlehrling war ja etwas anderes als natürlich die Allgemeinbildung, wo du zum Teil auch grosse Erfolge hast bei der Vertiefungsarbeit, wo du die ersten drei Jahre mit deiner Klasse eingeholt hast. Wie war das mit den Vorlehrlingen? Vorlehrlinge sind angehende Fachfrauen, Fachmänner Gesundheit, also Betreuung, Gesundheit. Sehr tolle junge Menschen, die ich bewundere. Mit 16, 17 Jahren haben sie das Praktikum in einer psychiatrischen Klinik, in einem Spital, in einem Pflegeheim. Und mit diesen jungen Menschen durfte ich arbeiten. Es ist ein Dörfen. Ich habe auch so viel von ihnen gelernt. Und ich habe einen riesen Respekt vor diesen jungen Menschen, was sie leisten und was sie schon können und was sie ertragen können. Und dieser letzte Tag war sehr besonders, weil ich bin eigentlich jedes Jahr nach Bern in die Session und habe einen guten Freund von uns, den Nationalrat Christian Lohr, besuchen dürfen. Wir durften ein Gespräch führen mit den Lernenden. Christian Lohr ist selber körperlich sehr beeinträchtigt. Er hat sich immer Zeit genommen für die Schülerinnen und Schüler. Und er hat spontan vor zwei Wochen mir angerufen und gesagt, die Corona-Situation hat es jetzt zwei Jahre nicht zu lassen, dass du auf Bern kommst. Aber an deinem letzten Schultag komme ich, dich besuchen, das BZB. Und er ist tatsächlich am Viertel ab 10 Uhr mit dem Zug angekommen. Er ist bis am Nachmittag um drei Uhr geblieben. Und mit seiner offenen Art hat er den Schüler erzählt. Wir konnten die Zeit miteinander geniessen. Und für mich ist das auch eine riesige Wertschätzung und ein sehr grosses Zeichen von so einem Menschen, der extra für meinen Abschied noch auf Buchs gekommen ist. Wir hören jetzt noch zwei, drei Meinungen von Vorlehrlingen, wie sie den Weg gefunden haben, trankter Vorlehrer und erleben auch den Empfang vom Christian, den du gemacht hast. Wir hören auch den Christian. Aber bevor wir das so einspielen, was ist dein grösster Wunsch jetzt? Wir stehen übrigens jetzt eine Stunde vor der Verabschiedung bei der Allgemeinbildung, oder? Abteilung 2. Abteilung 2, Allgemeinbillig. Was ist dein grösster Wunsch? Also mein grösster Wunsch ist, dass wir, also meine Familie, mein Umfeld, meine lieben Freunde, dass wir gesund bleiben dürfen, dass wir den respektvollen Umgang miteinander weiter behalten können und ja, dass ich einfach auch den Power noch habe, immer wieder Kontakt suchen, wieder auf Besuch gehen und einfach schöne Momente mit lieben Menschen verbringen können und das Leben geniessen. Dann können wir sagen, alles Gute. Und wir hören jetzt ein paar Meinungen und erleben den Christian Lohr zusammen mit dir in der Klasse am letzten Tag, am Mittag, am Nachmittag, und dann noch ins Werderberg gegangen. Das war quasi dein letzter Tag. Ja, das war mein letzter Schultag. Und ein sehr schönes Geschenk als Abschluss, ja. Simon, du bist ein Sechschüler, hast du keine Lehre gefunden und dann nachher bist du in die Vorlehre gegangen? Genau, ja. Ist das ein Entscheid gewesen, der dir zuerst schwer gefallen ist? Äh, zuerst ja, aber nachher hat es mich überzogen. Warum hast du keine Lehre gefunden? Was meinst du, hast du spät angefangen? Ich habe auf jeden Fall spät angefangen, ja. Und jetzt hat es geklappt? Es hat geklappt. Ich hatte Glück, es hat mir da sehr gut geholfen. Dann habe ich eine Lehre gefunden, ja. Was machst du jetzt? Jetzt mache ich dann die Lehre an der halbparegogischen Schule in Trübbach. Und was machst du dort? Da tue ich auf die Kinder aufpassen und mit ihnen halt sonst arbeiten und so. Was hast du noch im Plan? Machst du mal so eine BMS? Vielleicht sogar einen richtigen Lehrerberuf? Das Ziel ist, nach der Lehre eine BMS zu machen, und dann vielleicht halt eine Lehre zu machen, ja. Warum bist du jetzt so in die Vorlehre gekommen? Ähm, weil... Ich will nicht meine Schulsachen vergessen. Ich finde es wichtig, dass man trotzdem noch Schule macht. Du möchtest eine Flachfrau betreuung lernen, gell? Also, ist das schwierig, sie zu mal eher zu finden? Ähm, also es ist schon hart gewesen, vor allem. Meistens solltest du ja noch mal ein Praktikum machen, oder sie wollen, dass du ein Praktikum machst. Aber ja, es ist gegangen. Und jetzt bist du im Kinderspital, betreibst du dort von den angestellten Kindern, und so, und woher wechselst du es nachher? Ähm, in den sozialen Mitteldienst, Rintal in Dau. Wo du denn die Ausbildung machst? Drei Jahre lang, oder? Ja, drei Jahre. Wie bist du denn vorbereitet worden, der Vorlehre? Frau Jeni hat mich dort sehr unterstützt mit Bewerbungen, und auch Frau Steiger. Auch nach der Schule, dass man halt die Schulsachen nicht vergisst, und dass halt, wie sagt man, das aktuell bleibt, dass man nicht alles vergisst. Was machst du jetzt nach der Vorlehre? Ja, nach der Vorlehre mache ich Lehrer als Detainhandel, in einer Papeterie. Bist du in der Sex oder in der Real? In der Real. War es schwierig, eine Lehrstelle zu finden? Also, ich glaube, wegen Corona und so vor allem. Ziemlich schwierig. Und auch soziale Verarmung, gell? Man konnte nicht mehr mit den Jugendlichen zusammen sein, das bringt auch noch etwas, gell? Ist auch mühsam für die Jungen, gell? Ja, man kann sich nicht beim Schnupperer vorstellen, sondern nur bei der Bewerbung. Ah, grüß Elina. Schon da? Boah, sind wir schnell. Okay, wir kommen gleich. Bis bald. Hey! Seid ihr schnell? Gell. Wow, willkommen. Hoi, hoi. Willkommen. Hey, hallo. Hallo. Hoi. 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 Das ist eine spontane Idee. Bei mir sind immer die spontane Sachen. Super Idee. Hoi. Ja. Uns hat es jetzt zwei Mal getroffen. Jetzt ist einfach so. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Gut, also es freut mich sehr, dass ich Ihnen den Christian Ruhf vorstellen darf. Er hat sich wirklich Zeit gemeldet für uns. Und zum meinen letzten Schultag begleiten. Wir hätten ihn ja in Mern eigentlich getroffen, im Bundeshaus. Und wie er dann auch nicht gestern gekommen ist, hat er sich bereit erklärt, uns heute zu besuchen. Zu meinem letzten Arbeitstag. Freut mich mega. Also für mich ist es heute so, dass das High-Ein wirklich von meinem letzten Tag mit ihm abgeschossen können. Das ist sehr, sehr schön. Und ich übergebe gerade. Ja, mal zu Wort. Wir haben ihn auf dem Campingplatz kennengelernt. Wir lassen. Genau. Genau. Bei der Tante auch. Und haben uns dann immer wieder mal getroffen. Wo wir dann die modernen Mittel haben geschrieben. Das machen wir heute auch noch. Regelmässig. Und sie hat dann zur Tradition werden lassen, dass ihre Klassen ins Bundeshaus für einen Besuch gekommen sind. Und letztes Jahr, und dieses Jahr, war dann leider wegen Corona nicht möglich. Und dann hat sie mir gesagt, du, das wäre jetzt das letzte Mal gewesen. Und habe dann kurz geschrieben, kann ich zu dir kommen, kann ich zu Ihnen in die Klasse kommen, Entschuldigung. Und dann hat sie geschrieben, ja, das wäre wunderschön. Und dann habe ich geschaut, dass ich das organisiert bringe. Ich wollte noch ein bisschen länger bleiben. Aber inzwischen ist mein Kalender bis am Abend um 7 Uhr voll. Ein Termin nach dem anderen. Aber das ist der schönste Termin für mich heute. Obwohl ich heute noch zu einer Eröffnung einer Schokifabrik gehe. Oh, cool. Also das ist jetzt auch ein bisschen Schokitermin. Also heute habe ich zwei Schokitermine. Es gibt immer tausend Ideen bei einem Gesetz, was man machen könnte, wie man es machen könnte. Es ist nicht so, dass man über alles detailliert ganz genau bescheid weiss, jeden. Sondern es gibt immer Fachgruppen, die sich damit auseinandersetzen. Ich bin in der Fachgruppe oder in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Ja, das ist auch sehr weitreichend. Das können Sie sich ja vorstellen. So ein bisschen ein Spezialgebiet von mir ist geworden, dass ich mich auf Themen stürze. Um zu schauen, dass man unsere Gesundheitskosten im Griff behalten könnte. Bei Einträchtigung. Kannst du das nicht und das nicht. Musst auf das verzichten. Und dann sagst du, du hast ein Privileg, so leben zu können. Dann erläutere ich das immer etwas näher und sage natürlich ganz klar, es geht hier um etwas anderes. Ich habe gelernt, dass mein Leben wirklich Sinn macht. Also ich sage immer, mir geht es nicht trotz meiner Behinderung gut, sondern mit meiner Behinderung. Ich habe meine Behinderung akzeptiert, ich lebe mit meiner Behinderung. Das ist ein Teil von mir, aber es macht nicht mich aus. Das ist ganz wichtig. Es macht nicht mich aus, Behinderung. Oder macht es mich aus? Nein, also ich glaube immer, ich bin Mensch. In allererster Linie ein Mensch. Aber ich kann zeigen, man kann als Mensch auch mit so einer Behinderung leben. Ich gebe täglich Gas und lebe gerne. Ich habe Mut und Kraft und Energie. Manchmal stelle ich selber, dass das so geht, aber es ist bei mir wirklich so drin. Das ist auch ein grosses Privileg oder Glück. Ich war immer in sogenannten regulären Schulen. Ich bin nie in einer Behinderteninstitution gewesen, also auch nicht in einer Behindertenschule. Wenn ich denke, das sei ein Vorteil, muss man immer etwas aufpassen, dass dann nicht alle das Gefühl haben, ich will quasi schlecht reden über Behindertenheime oder Behindertenschule. Das mache ich überhaupt nicht, um das geht es gar nicht. Aber ich denke, für meinen Weg war es wichtig. Ich versuche auch, den politischen Weg zu stärken, dass man die Integration konsequenter fördert. Für mich heisst Integration oder auch Inklusion, dass man Menschen Chancen gibt und ihnen Möglichkeiten bietet. Sie sind auf diesem Weg begleitet, aber es muss ein realistischer Weg sein. Die Sachen müssen möglich sein. Wenn Sie Praktika machen, werden Sie auch verschiedene Situationen antreffen. Das relativiert vieles, das ist mir schon klar. Aber was ich nicht mag, ist, wenn man einfach hingeht und sagt, ja, das klingt alles gut, aber, wenn man immer mit dem Aber kommt, oder? Eigentlich muss man den Weg suchen und die Lösung finden. Und man muss selbstverständlich die Lösung immer so finden, dass sie zum Wohl vom Kind, vom betroffenen Menschen ist. Das ist für mich überhaupt nicht zu... Das ist eine Haltungsfrage, dass man sich für das einsetzt. Ja, nach dem 3-0, wo wir unter unseren Möglichkeiten geblieben sind. Und dem mehr glücklichen Erfolg. Und dann haben wir mehr Spass beiseite. Fußball ist etwas, das uns total verbindet. Als ich Kind war, habe ich selber auch noch ein bisschen geschootet auf der Wiese, mitgespielt und habe eine riesen Freude gehabt. Später hat mein Bruder mich dann immer mit auf den Sportplatz genommen, was er auch gemacht hat. Mein Bruder war ein Sporttalent. Fussball, Handball, Volleyball, alles gespielt. Und dann hat er mich immer mitgenommen. Und das hat sehr viel bewegt in meinem Leben. Ich habe immer das Gefühl, kein Seck dabei. Vermutlich in seiner Art der grösste Förderer von mir. Und ja, dass diese Beziehung immer noch gut ist, ist nicht selbstverständlich. Und ja, ich mache heute auch noch etwas Spass. Es hat sich eigentlich noch nicht viel geändert bei mir. Auch heute habe ich noch gerne, wenn die Leute nach meiner Pfeife tanzen. Ich bin sicher ein Mensch, der sozial geprägt ist. Aber ich muss immer sagen, für mich hört es dann auf, wenn Leute Systeme ausnutzen, wenn die Sachen nicht korrekt laufen. Das mag ich gar nicht vertragen. Ich engagiere mich sehr gerne. Und auch, wie soll ich sagen, aus voller Überzeugung für Menschen mit Beeinträchtigungen. Für Menschen, die sozial schlechter gestellt sind. Schwächere Menschen, ältere Menschen speziell auch. Das mache ich wirklich aus Überzeugung. Das heisst aber nicht, dass ich das Gefühl habe, man könnte nur einfach Geld verteilen. Sondern ich möchte eigentlich jeden Menschen dazu ermunteren, der das kann. Und dort, wo es gut geht. Auch eigenverantwortlich sein Leben zu bestreiten. Was mich immer freut, Spitzbügel sogar freut, ist, dass ich mit Stäbeln essen kann. Und wenn ich mit Kollegen unterwegs bin, dann kann ich immer alles runter. Und ich, ich habe meine Technik. Und ich habe mich mitgebracht. Christian, du hast gesagt, du gehst heute noch auf Kreuzling in einer Schockyfabrik. Aber du hast gesagt, dass ich da auch Schocky. Also was bedeutet das jetzt für dich, mit so vielen Jugendlichen zu reden und Kontakt zu haben? Das ist etwas vom Schönsten. Dieser Austausch, wenn man Menschen etwas mitgeben kann auf den Weg. Etwas aus meiner Lebenserfahrung. Ja, ihnen aufzuzeigen, dass das Leben verschiedene Perspektiven hat. Und das aber, dass man aus viel Kraft und Mut herauszuholen kann. Du bist wegen einem Medikament. Du hast es erklärt, ohne Arme auf die Welt kam. Du hast den Fuss total in die Zeichen bewegen. Es ist unglaublich. Du meisterst dein Leben völlig selbstständig, oder? Selbstständig, da muss man relativieren. Ich brauche natürlich im Alltag sehr viel Assistenz und Unterstützung. Was bei mir eben extrem wichtig ist, dass ich mein Leben organisiere. Und das habe ich sehr stark gelernt. Und da erlaubt man auch dann doch wieder, nicht schwingend nur selbstständig, sondern aber relativ selbstbestimmt zu leben. Spürst du, dass durch dein Vorbild auch andere Leute Mut fassen, die vielleicht ganz viel, viel weniger Beiträchtigung haben, die aber sehen, wie man mit Beiträchtigungen leben kann? Spürst du, dass das dein Vorbild auch einen guten Einfluss hat auf solche Menschen? Ich komme immer wieder Rückmeldungen, die das bezeugen, die immer sagen, dass das schon ein Ausblick ist, der Mut macht. Es ist auch spannend, weil wir ja sehr oft Mütter erzählen mit ihren Kindern, manchmal Sachen erklären und sagen, du, der Christian kann das aber auch. Komm, probieren wir es mal so oder so. Und das finde ich immer wahnsinnig schön im Moment. Du bist durch die normalen Schulen durchgegangen. Du hast gesprochen von Integration oder Inklusion, wie man auch sagt. Wie hast du das erlebt? Hast du dich nie in der Inklusion separiert gefühlt? Hast du dich aufgehoben gefühlt? Ich hatte das große Glück, dass ich immer Lehrkräfte hatte, die sich selber stark eingebracht haben und sich auch motiviert gefühlt haben, den Prozess zu unterstützen. Es ist auch mit den Mitschülerinnen und Mitschülern ausgezeichnet gegangen. Ich denke, das ganz wesentlich war bei mir auch, dass ich nicht nur einfach gefördert wurde, sondern auch gefordert. Ich wurde auch gleich behandelt. Und damals habe ich auch das gespürt, was das Wesentlichste im Leben ist, nämlich Gleichwertigkeit. Und jetzt würde mich noch etwas interessieren. Ich habe vorhin gefragt, ob du wirklich alle Zechen bewegen kannst. Es ist unglaublich. Ich kenne den, der Waldhorn spielt. Kannst du dir das mal zeigen? Das interessiert wirklich alle. Du hast eine unglaubliche Beweglichkeit. Das ist unglaublich. Ja, also meine Zechen sind wie meine Finger. Und da haben sie ein riesen Potential. Da musst du nicht konzentrieren. Es läuft automatisch. Das geht automatisch, ja. Und das hast du aber natürlich zum vornherein nicht einfach so konntest. Da hast du wahrscheinlich eine ziemlich schwere Zeit gemacht. Ja, ich denke, ich habe das auch gelernt wie jeder andere auch. Durch die Praxis. Durch das tägliche machen. Aber gut, es stimmt schon. Die Leute stunden manchmal schon, wie schnell ich meine WhatsApp schreiben. Wie schnell ich den Karin Steiger antworten kann. Wie schön. Das ist mir auch aufgefallen. Und nochmal etwas ist aufgefallen. Im Nationalratshal habe ich mal nur gerade zwei Leute gesehen, die da waren. Du hast gesagt, du bist Vollblutpolitiker. Ich glaube, du bist wirklich interessiert. Du nimmst das ernst. Du bist fleissig, oder? Ich nehme die Aufgabe auf jeden Fall ernst. Weil ich denke, die Wählerinnen und Wähler haben mir die hohe Aufgabe anvertraut. Und das ist eine Pflicht. Und zwar aber eine positive, spürbare Pflicht auch ernst zu nehmen. Die letzte Frage. Wie ist dir gegangen, wo auf einmal das C von deiner CVP weggefallen ist? Es bist die Mitte. Hat das etwas bei dir bewirkt? Ja, also ich bin jetzt nicht der gewesen, der das gesucht hat, den Namenswechsel. Ich finde, man hätte das C können behalten. Die christlichen Werte sind etwas, woran man sich auch halten kann. Die Beweggründe, warum man das aufgegeben hat, war es, dass man immer wieder gesagt hat, man hat viele Leute gehabt, die sich nicht bereit erklären konnten, die katholische Ausrichtung mitzugestalten oder mitzuvertreten. Bei mir war das gar nie ein Thema, weil ich reformiert bin. Und darum ging ich das Thema von Anfang an ganz anders an. ... ... genau ... ... ... ... ...